Hallöchen Popöchen, wie geht's euch denn so? Jetzt die Nachrichten ein Spaß beiseite. Wir spielen eine Runde Suchen und Verstecken in Fortnite. Der Wapo ist auch mitten am Start. Hallo. Moin Moin. Und er ist unten in die Beschreibung verlinkt. Der stellt auch diesen Server jetzt zur Verfügung. Und ich blende euch jetzt mal hier einen Code ein. Den gebt ihr mal bitte in den Shop ein. Ich weiß, ihr habt da schon den Unge und wenig alles drin, aber den könnt ihr ruhig rausschmeißen. Er hat genug Geld. Junge! Verdammte Scheiße! Mann! Halt deine Fresse! Junge! Meinen Spaß. Grüße gehen raus an Unge, aber wir können mal den Wapo ein bisschen unterstützen. Der ist nämlich Papa geworden. Und deswegen haut da mal den Key, äh, den Key sah ich schon. Ne? Den Code! Von ihm bitte da unten rin, Freunde. Und dann wird alles gut. Ich schwör's. So, da brauche ich jetzt eine vernünftige Waffe. Und jetzt kommt die Zone. Drückt mir die Daumen. Ja, das ist doch scheiße. Oho! Warte kurz! Oh mein Gott! So, Achtung! Ich fahre jetzt los hier. Und jetzt aber. Äh, hallo? Und ab jetzt dürft ihr euch wirklich nicht mehr bewegen. Hahaha! Nicht weglaufen, Bruder! Bleibst du stehen? Immer diese bösen Hasen. Hä? Wie? Hä? Was heißt denn hier? Ich bin mal gespannt, ob das jetzt die erste Runde wird. Wo ich das erste Mal wirklich alle Leute finde. Bevor die Zone mich killt. Hä? Was ist denn jetzt los? Warum? Warum? Warum machen alle? Hä? Egal, egal. Guck mal, der Streamer ein bisschen. Achso. Na ja, guck doch. Hä? Hä? Äh? Äh? Da? Ich hätte jetzt echt, ich schwöre, ich hätte gedacht, dass hier oben einer ist. Hä? Äh, das nehme ich natürlich noch lieber. Ich hätte jetzt, wirklich, ich hätte jetzt gedacht, da ist einer. Da, da versteckt sich einer. Aber nein, da war keiner. So, warte mal, das Haus haben wir fast fertig. Ich muss nur noch hier. Hä? 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 Alter, du hast mich eben überfahren und du hast mich nicht gesehen, Mann. Äh, passiert. Deswegen habe ich auch fail gesagt. Ich dachte, bist du, hä? Hast du ihn jetzt gesehen oder was? Ne, ich habe ihn nicht gesehen. Ehrlich nicht. Da habe ich ihn noch nicht gesehen. Ich habe ihn noch nicht gesehen. Da habe ich eine goldene Minigun. Halt's ab. Ich fliege jetzt einfach mit den Luftballons durch die Gegend, Freunde. Pass auf. So und etwa. Nehme die goldene Minigun und ballere einfach alles weg, was mir nicht komisch vorkommt. Ja, guck mal da. Da haben wir doch schon mal jemanden gefunden. Die Ballons sind natürlich hilfreich. Das muss man mal dazu sagen. Ich glaube, das wird eine gute Runde. Sicher bin ich mir noch nicht, aber... Guten Tag! Ich weiß keine Chance. Wie? Ich habe keine Chance. Sollen das jetzt heißen? Alle zufrieden. Ja, als ob, Bruder. Ich sage dir eins, ich werde es schaffen. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Genau so. Das will ich so, wie ich das hören. Oh fuck, die erste Zone kommt. Ich brauche noch ein bisschen kleine Muni. Oh, warte mal. Darf ich das eigentlich? Stimmt. Was? Ich mache doch die Regeln, oder? Bum! Wie? Hier ist ja gar keiner. Das ist ja scheiße. So. Das Häuschen hätten wir schon mal erledigt. Ist das auch keiner? Unlauterer Wettbewerb höre ich gerade. Was? Hier ist auch keiner? Als ob! Ne. Da ist keiner drinnen. Ich kriege die Tür nicht zu. Oh fuck, das war daneben. Ich habe nicht einen einzigen gekriegt mit dem so scheiß Ding. Ja, hier war die Arbeit. Ja, stell mich nicht. Ich muss hier arbeiten. Die Zeit wird knapp, ne? Die Zeit wird knapp. Als ob. Ist nicht schlimm. Ich krieg das hin. Ich krieg das hin. Ich krieg das hin. Vielleicht hat er ja Zonenglück und die Zone geht nochmal da hin. Ja, loben. Können wir Tipps geben? Äh, äh, pff. Na klar. Kannst auch andere verraten einfach. Hör auf, das macht er noch. Ja, warum denn nicht, Bruder? Mann, ich brauche die kleine Munition, damit ich hier die ganzen Dinger weghusten kann. Was hier? Ich markiere dir. Ich markiere dir. Ja, markier mal bitte. Dankeschön. Habe ich gerade gemacht, Habibi. Dankeschön. 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 Ja, absolut. 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 So, Freunde. Jetzt zeig ich euch mal was. Höhööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö Ja, wo seid ihr denn? Hier Verarschst du mich, Digga? Verarschst du mich? Hier ist nicht ein einziger? Als ob! Was ist denn Luftball aus? Ey, ich hab doch extra... Ich hab gedacht, jetzt regnet's... Jetzt regnet's doch irgendwie so runter, weißt du? Weil da tausend Leute irgendwie rum... Nicht ein einziger? Nee. Nee. Nee, das ist... Scheiß Luftballon! Hahaha! Der Gehafter hat mir ziemlich gekriegt, ey. Och, Mann. Was sagst du, Bruder? Oh, fuck. Grasel. Du Scheißdinger, Alter. Hast du ihn nicht gesehen? Hast du ihn auch gerade überfahren? Ja. Hahaha. So, jetzt wird's ernst. Wie viele leben denn noch? Vier Stück noch? Drei. Du bist ja auch einer, Leute. Haha. Ja, mal gucken. Eins ist nicht. Schwenk. Wo ist er denn? Er ist lieblich. Katz noch mal. Na, na, na. Ich seh hier nix. Ist er gestorben. Ist er gestorben? Komm, stürmer fast. Warte mal. Hier springt irgendwo was. Ist er genockt. Ist er genockt? Kann er gar nicht sein. Ah, ne, stimmt. Epischer Sieg! Da war noch einer. Hier. Der stand oben auf der Tür. Auf der Tür? Da. Ja, da oben stand der. Ja, da oben stand der. Da haben wir den... Madara. Moin. Äh... Ohne folgt? Ne. So ein Third Person? Ah, ja. Okay, ich glaub, das ist das Haus, was ich danach dann noch wegpuste. Dann haben wir noch den Hunter Kobold. Wo ist der denn? Das war echt die? Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn! Aber wo bist du denn da? Bruder! So. Ach, du hast dich da eingebaut, oder was? Oh, ich hab noch extra die Wand kaputtgeschlagen für dich hab irgendwie. Oh, oh. Der Wornchen. Okay. Okay. Und das ist der... Er... 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 Was... Er... Er... Yes, Ge tarter... Ciao